Ich habe einen starken Satz, den ich freilich nur mit gewissen Zögern verrate, der mich mein Leben begleitet und den ich von meinem Vater übernommen habe. Wir beide sagen ihn, wenn uns eine Person ganz besonders geärgert hat. Das ist ein arabisches Sprichwort und es lautet, sie werden seine Leiche noch vor meinem Zelt vorübertragen. Wenn man diesen Satz gesagt hat, die berühmte Triebabfuhr, fühlt man sich schon viel besser und wenige Sekunden später ganz schlecht, weil man sich schämt dafür, dass man jemand so etwas Schreckliches gewünscht hat und hat gleich einen guten Grund, sich mit dem oder der, über die man sich gewaltig geärgert hat, schnell wieder auszusöhnen.